Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial-Reihe zu unserem Betonbar-Projekt. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Auflager erzeugen können, die wir hier haben. Ihr seht hier das Endprodukt, das habe ich hier schon mal eingeblendet. Und wir möchten jetzt diese Auflager modellieren, die einfach nur symbolisch das Ganze darstellen sollen. Und hier nochmal das Ganze in der Familie, das ist hier das Produkt in der Familie, so sieht das dann aus. Man kann natürlich noch ein paar Details hinzufügen, aber für unseren Anwendungsfall genügt das. Und das wollen wir jetzt hier modellieren. Ich wechsle dazu jetzt nochmal in ein anderes Revit. Ja, aber ich habe jetzt hier einfach die englische Version mal genommen, um hier das so darzustellen. So, jetzt bin ich wieder im deutschen Revit und jetzt können wir hier wieder quasi von null starten. Und wir wollen, dass die Auflage hier in einer Familie erstellen. Das ist also nur ein Bauteil, also gehen wir hier auf Familien, dann auf Neu. Und ich bin jetzt hier in den Familienvorlagen, hier in der deutschen Bibliothek. Ja, da gibt es verschiedene. Ja, wie Sie sehen, ich bin jetzt hier in der Deutschen, das macht auch Sinn in diesem Fall. Und ich wechsle dann mal ganz nach unten und da gibt es hier die Stützen. Ja, einmal die normale Stütze, das ist einfach die Architekturstütze. Die hat eher, die dient eher notazierte. Ja, die trägt nicht wirklich ab. Ja, ist einfach nur so eine Showstütze, sage ich mal dazu. Ähm, oder halt, wenn es jetzt wirklich auch eine tragende Wirkung hat, dann würde ich auf Tragwerkstütze gehen. Jetzt könnte man sagen, ja, wieso mache ich da überhaupt eine Stütze? Ja, das ist ja eigentlich nur eine Auflage. Das könnte ich theoretisch auch frei modellieren. Ähm, dennoch kommt aus meiner Sicht die Stütze der Sache mit am nächsten. Weil wir haben natürlich hier kein, hier geht es ja eigentlich darum, hier Gebäude zu modellieren oder sagen wir mal Bauwerke, ja. Und was wir jetzt hier machen, ist ja eigentlich nur so ein Träger, ja. Der es irgendwie nur noch eine Auflage kriegt, symbolisch. Und da gibt es natürlich keine Vorlagen dafür, ja. Und da ist die Frage, welche Vorlage nehme ich dann? Und dann würde ich einfach die nehmen, weil das Sache am nächsten kommt. Und die Stütze kommt aus meiner Sicht der Sache am nächsten. Denn Sie dürfen nicht vergessen, mit den Vorlagen gehen natürlich auch Funktionalitäten einher. Das werden Sie auch in der Folge noch sehen. Und würde ich jetzt hier irgendeine freie Vorlage wählen, dann würden wir natürlich auch sämtliche Funktionalitäten abgehen, weil natürlich dann Revit das Ganze funktional nicht zuordnet, ja. Das wäre dann wie eine Art freies 3D-Modell, was nahezu keinerlei Funktionalitäten hat, ja. Aber eine Stütze hat gewisse Funktionalitäten, ja, die hängt halt an irgendwelchen Ebenen. Die spannt wiederum Tragwerke auf, ja, zwischen den Stützen. Sie können auch dann im Revit dort wiederum eine statische Auflage zuordnen und so weiter. Sie werden das dann sehen, ja, wenn wir dann daran arbeiten in den nächsten Notorias, dass die Tragwerkstütze durchaus hier die aus meiner Sicht beste Wahl ist und der Sache, was wir damit machen wollen, am nächsten kommt. Auch wenn das ganze Ding, was wir jetzt modellieren wollen, nicht wirklich wie eine Stütze aussieht. Also gehen wir hier auf Tragwerkstütze, dann auf Öffnen, jetzt. Und hier sieht man jetzt die Vorlage, wie das dann aussehen kann. Und das erste, was wir machen sollten, ist das Ganze abzuspeichern. Wir gehen also hier auf Speichern und speichern das in unserem Projektordner. Hier, den habe ich schon mal vorbereitet. Also hier ist jetzt mein Projektordner, dann gehe ich hier auf Revit, Familien, da gibt es natürlich schon sowas. Ich mache das natürlich jetzt hier nicht, ohne das vorher getestet zu haben. Also hier gehe ich einfach hier mal auf Auflager, so heißt meine Familie und das nenne ich einfach Auflager 2. Ja, Sie können es dann einfach Auflager nennen, wenn Sie es zum ersten Mal machen. Gehen auf Speichern und wir haben das ganze Ding schon mal abgespeichert. Was ich dann noch empfehle, ist die Einheiten zu checken. Und zwar finden wir die hier unter Verwaltung, dann die Projekteinheiten und das Ganze läuft hier in Millimetern. Ja, und das können wir auch lassen. Wer will, kann da auch Zentimeter umstellen, das ist dann Geschmackssache. Die Fläche hätte ich dann doch eher in Quadratzentimetern, weil wir doch hier relativ kleinteilig arbeiten. Also hier Quadratzentimeter, zwei Dezimalstellen, passt. Nur hier wollen wir unterdrücken. Volumen haben wir hier. Ja gut, Volumen haben wir theoretisch auch. Das würde sich dann mal in Kubikmetern vielleicht sogar lassen. Winkel, Neigung, der Rest passt soweit. Das könnte man eigentlich erstmal übernehmen. Wie gesagt, wenn man es anpassen will, hier checken. Theoretisch können Sie ja jede Einheit verwenden, wie Sie wollen. Sie müssen das nur beachten, ja, dass Sie das auch entsprechend dann die Werte der gewählten Einheit eingeben. Und ja, das hat man jetzt hier gemacht. Und jetzt können wir noch mal kurz checken die Grundeinstellungen in der Familie. Gehen wir hier auf erstellen und finden hier oben die sogenannte Familienkategorie und Parameter. Das heißt, wenn Sie da die falsche Vorlage gewählt haben, wenn Sie mal eine falsche Vorlage gewählt haben, haben das schon drinnen rum modelliert und stellen das erst relativ spät fast, dann können Sie versuchen, hier noch einmal die Einstellungen zu korrigieren. Ja, aber Sie können nicht beliebig zwischen verschiedenen Funktionalitäten oder Bauteilkategorien hin und her schalten. Aber Sie könnten theoretisch sagen, wenn Sie jetzt die Stütze gewählt hätten, könnten Sie jetzt hier nochmal auf Tragwerkstütze umstellen. Ja, und Sie sehen, das schaltet dann hier unten um. Ja, je nachdem, was für eine Familienkategorie Sie haben, haben Sie dann unterschiedliche Funktionalitäten, die Sie unten auch nochmal steuern können zusätzlich. Ja, es endet sich auch mit unter dann hier oben die Registerkarten, weil andere Befehle dazukommen. Vielleicht kann ich das mal kurz simulieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn Sie hier auf Umstellen auf Heizung, Lüftung, Sanitärbauteile. Schauen wir mal, ob da jetzt hier was... Ja, ist eh schon eingeblendet hier. Ja, es ist eh schon. Es wäre wahrscheinlich auch sichtbar. Ja, es er zeigt im Prinzip jetzt hier nur Familienkategorien an, die Sie, wo Sie auch intern umschalten können. Ja, also es gibt wesentlich mehr Kategorien, aber Sie finden jetzt hier keine, wird keine Kategorie angezeigt, die jetzt kompatibel wäre zu der Kategorie, die wir jetzt, also zu der Vorlage, die wir gewählt haben. Ja, also Sie können meinetwegen jetzt nie, wenn Sie eine 2D-Profilvorlage haben, gewählt haben und dann einfach auf eine 3D-Stütze umstellen oder so. Das würde nicht funktionieren und das geht auch nicht rückwärts, wie Sie sehen. Ja, aber es gibt gewisse Korrekturmöglichkeiten, eventuell noch im Nachhinein. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das können Sie also hier einstellen und gehen wir das hier unten nochmal durch. Hier die Querschnittsform. Ja, Sie könnten hier theoretisch jetzt schon eine Querschnittsform wählen. Eine vorgefertigte, das machen wir jetzt immer nicht, das zeige ich bei einer anderen Geschichte. Dann hier den Codenamen beim Laden, Abzugskörper schneiden, das Material- und Modellverhalten ist interessant. Da lassen wir es mal bei Sonstigen stehen. Ja, ist ja nichts Spezielles bei uns. Symboldarstellung kommt aus Familie, Geometrie und ich glaube, das können wir erst mal so weit lassen. Basisbauteil, hier müssen wir eigentlich nichts einstellen. Ja, aber wenn man was suchen will oder einstellen will, kann man das hier machen. Ja, gehen auf OK. Im Übrigen finden Sie die Einstellungen auch hier wieder. Ja, wenn nichts ausgewählt ist, teilweise oder ja, eigentlich fast alle. Wenn Sie jetzt hier nichts auswählen, also keine Referenzebene oder kein Element, was Sie hier in der Ansicht sehen, dann zeigt er Ihnen hier nicht wie im Revit dann die Eigenschaften der Ansicht an. Ja, weil in der Familieneditor können Sie mit der Ansicht eigentlich nicht viel machen, weil die werden auch nicht gedruckt oder so. Sondern Sie finden hier die Eigenschaften der Tragwerkstütze. Könnten aber, wenn Sie wollen, auch hier nochmal die Grundrisseigenschaften sicher einblenden lassen. Ja, ein paar Sachen gibt es ja schon. Ja, nicht so viel wie jetzt in der Revit Ansicht. Allerdings gibt es ja auch noch ein paar Ansichten. Ja, Sie können das, glaube ich, auch sogar drucken. Ich habe es noch nie gemacht. Das war jetzt von mir falsch formuliert. Sie können, glaube ich, auch hier von den Familiensachen auch etwas ausdrucken. Schauen wir mal kurz nach. Ja, genau. Können Sie auch Pläne machen oder so. Wäre theoretisch auch möglich. Also vergessen das, was ich da gesagt habe. Ja, aber standardmäßig, wenn Sie hier nichts ausgewählt haben, zeigt er, können Sie hier auch auf Familien umschalten. Und dann können Sie auch hier nochmal sich die Familieneigenschaften anschauen. Und ein paar Sachen können Sie hier auch einstellen. Wie gesagt, nicht alles. Ja, Sie sehen hier, die Kategorie müssen Sie hier oben wählen. So, das erst mal dazu. Und fangen wir jetzt an, hier zu modellieren. Und jetzt würde ich sagen, ja, fangen wir an mit dem unteren Bereich. Ja, das war hier dieser, ja, ich blende es nochmal schnell ein. Also, fangen wir zunächst an, das hier zu modellieren. Und da können wir hier diesen Bereich schon wählen. Also diese Referenzebenen, die hier schon durchparametrisiert sind. Und das passt. Ich würde vielleicht, bevor ich hier anfange, wenn ich schon die Parameter weiß, die Parameter werte, dann kann man die schon mal entsprechend eingeben. Und das mache ich ja auch mal. Gehe also zunächst mal auf Familientypen und gebe jetzt hier meine Parameter ein. Und die übernehmen wir einfach. Die kommen mit der Vorlage mit. Tiefe Breite. Das ist okay. Und jetzt kommen noch zwei Parameter hinzu. Dann gehen wir hier auf Neu. Und der eine heißt Rollendurchmesser. Das ist ein Typ Parameter. Das passt. Disziplin allgemein. Passt auch. Das ist auch eine Längenangabe. Ist auch okay. Abmessung passt. Und Quick Info können wir uns hier sparen. Das ist eigentlich klar, was das ist. Wir kopieren das gleich mal, weil der nächste Parameter heißt ähnlich. Gehen auf OK. Und da sehen wir gerade hier mit sonstige Tiefe und so weiter. Das können wir noch mal ändern. Da können wir es mal korrigieren. Sonstige. Ah, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Doch, das kann man hier ändern. Das geht noch. Und zwar ist das Abmessungen. So. Und das hier auch. Also wie gesagt, das geht zum Beispiel nicht. Disziplin und Parameter Typ. Aber Sie können hier die Gruppierung korrigieren. Und es ein bisschen sauber aufräumen. Vor allem, wenn Sie jetzt viele Parameter haben, ist das nicht ganz unwichtig. Das gehört ja auch zur Abmessung. Und dann gehen wir nochmal da auf Neu. Und fügen jetzt noch hier den Rollenradius an. Rollenradius. Auch das ist ein Typ Parameter. Und ja, das war es eigentlich schon. Okay, die kann man jetzt verwenden. Und die Maße übernehmen wir. 500 mal 500. Das können wir erst mal so lassen. Und jetzt würde ich vorschlagen, hier einmal vielleicht noch ein bisschen aufzuräumen. Das, wenn Sie wollen, können Sie hier noch das ein bisschen ranschieben, um den Bildschirm besser auszunutzen. Wenn Sie jetzt wissen, das Ding wird eh nicht viel größer. Bei einer anderen Tutorial habe ich Ihnen ja gesagt, ja, man sollte vielleicht so drei, zwei bis drei verschiedene Typen anlegen, um das Ganze durchzutesten. Prinzipiell könnte man es jetzt auch jetzt machen. Aber jetzt z.B. als Zeitgründen darauf verzichten, um das nicht wieder sinnlos jetzt ja aufzubilden, das Video. Aber im Endeffekt ist dieses Auflager auch jetzt nicht so, dass ich da große Typen anlege, wie damals bei unseren Profilen. Ja, das mache ich einmal und dann wird das eigentlich nicht weiter dann geändert. Ja, das ist ja nur ein symbolisches Auflager. Aber ich gebe die Möglichkeit vor, dass ich dennoch ändern kann, wenn ich möchte. Aber es ist dann nicht irgendwann irgendwelche Typen gebunden, die bereits vielleicht, wie bei unserem HIA-Profil oder bei unserem E-Profil, bereits schon mit der Norm oder so mitkommen. Okay, so, jetzt können wir das hier modellieren und das würde ich einfach als einen, ja, Extrusion machen. Ich bin hier in der unteren Referenzebene, immer ein bisschen bewusst machen, wo ich gerade bin. Ich zeige ja nochmal, wo die, wie die Höhen-Einstellungen sind. Dazu gehe ich hier einfach im Projektbrowser, dann auf Ansicht von vorn. Das ist ja meine unteren Referenzebene, ja, weil die Stützen sind ja immer, ja, zwischen den, zwischen den Ebenen aufgespannt. In der Regel zwischen den Geschossebenen. Und vielleicht hier nochmal einen Blick in die fertige Stütze und gehen wir hier mal auf die Ansicht von vorn. Um das besser zu, hier, ja, das ist hier die untere Referenzebene, das ist die obere und dann baue ich die Stütze hier dazwischen auf, ja, und das, und diesen Körper hier, den machen wir einfach hier als, äh, das bin ich am falschen, hier. Den machen wir einfach als eine Extrusion. Aufbauen auf der unteren Referenzebene nach oben, und die Höhe dann nach oben zur Richtung oberen Referenzebene. Gut, das machen wir jetzt hier, wechseln in die Referenzebene und zeichnen jetzt hier die Querschnittsfläche von meinem unteren Auflagerkörper. Gehe also hier auf Extrusion, das ist das einfachste, ja, erzeugen quasi einen Volumenkörper über Extrusion. Sie sehen, da haben Sie vorher eine Querschnittsformel, eine 2D, und die wird einfach in die Höhe extrudiert. Hier, wenn Sie mit einer Maus eine Weile draufbleiben, dann erscheint hier so eine kleine Animation, wie so eine Extrusion funktionieren kann. Machen wir das mal, gehe also jetzt hier auf Extrusion, und wähle jetzt hier einfach Rechteck. Checkt nochmal die Optionen-Einstellung hier, Tiefe 250, können wir es mal lassen, Versatz haben wir keinen, Kette, ja, okay, Radius haben wir auch keinen, und rasten jetzt hier oben ein, ziehen das hier auf, und ganz wichtig, aktivieren hier die Schlösser. Damit hängt unser Rechteck, was ja die Querschnittsfläche dieses Volumenkörpers darstellt, an den Referenzebenen, und die Parametrik steuert ja nur die Referenzebenen, die wiederum dann die Geometrie steuern. Ja, die steuert auch nur die Geometrie, wenn sie die auch mit den Referenzebenen verknüpft ist, wie mit, was man durch diese Schlösseraktivierung hier erzeugen kann. Gehen jetzt auf OK, jetzt ist der Extrusionkörper erzeugt, ich sehe jetzt hier, man sieht erstmal nur so ein Rechteck, wenn sie umschalten würden, auf Schattiert, dann sieht man es ein bisschen deutlicher, ja, hier war es angestellt, hier Drahtmodell, da konnte man quasi durchgucken, jetzt kann man nicht mal durchgucken, wechseln wir die Ansicht von vorn, das sehen wir jetzt hier auch unseren Extrusionskörper, und jetzt schiebe ich mal die untere Ebene etwas höher, weil wir brauchen das nicht so weit unten, das Ding ist ja wesentlich kleiner, um jetzt den Platz zu sparen, tue ich mal die mittlere Achse hier entsperren und das Ganze dann wieder, dann wieder sperren und dann hier das hier nach oben schieben, so. Und so, ja, jetzt ziehen wir den ein bisschen nach oben und jetzt müssen wir uns hier oben das Ding angucken, ja, es ist ja nicht wie eine klassische Stütze, dass die einfach dann hier oben endet, sondern wir haben ja dann hier, jetzt brauche ich hier wieder mal ein Revit, das andere, hier nach oben diese Rolle liegen, ja, das, und dann noch eine Symbol darstellt, noch vergessen zu erwähnen, ja, die zeige ich dann später noch, und das muss man natürlich noch modellieren, und hier arbeite ich jetzt mit Referenz-Ebene, ja, ich baue mir jetzt hier eine Referenz-Ebene ein, die jetzt hier das Ganze hier begrenzt, ja, eine für den Abschluss meines Unterkörpers und eine für den Mittelpunkt meiner Rolle, und die werde ich dann durchparametrisieren, ja, das machen wir jetzt. So, wir erzeugen uns jetzt hier die Referenz-Ebenen, gehen also auf Erstellen, dann hier auf Referenz-Ebene und ich erzeuge mir hier eine und hier noch eine in die Mitte. und ich würde es auch empfehlen, die immer zu benennen, genau, sie klickt hier also an, gehe hier auf Eigenschaften und nenne diese Referenz-Ebene einfach, ja, Auflager, fällt mir nichts Besseres ein, oder einfach Oberkante, Oberkante, Unterkörper, und das wäre dann, äh, Mittelpunkt der Rolle. Rollen Mittelpunkt so, dann haben wir das oben nicht benannt und jetzt können wir hier erst mal die Stütze hier an die Referenz-Ebene heften, einfach hier nach oben ziehen, bis ihr einrastet und jetzt hier das Schloss aktivieren. Jetzt werden wir festlegen, dass das immer mittig sein soll hier, gehen also auf eine ausgerichtete Bemaßung, hier in der Registerkarte, äh, erstellen, ne, wo war ich jetzt gewesen? Naja, egal, fehlt mir so, glaube ich, Beschriften ist das, Beschriften, und da finden Sie auch hier die ausgerichtete Bemaßung, also die Bemaßung war ja unter Ändern war ich gewesen, genau, bei Ändern war hier die ausgerichtete Bemaßung, ja, finden Sie auch hier oben, ja, die ist überall verfügbar, die brauchen relativ häufig um die Parametrik zu definieren, also hier ausgerichtete Bemaßung und bemaßen einmal von hier oben, jetzt zum mittleren, jetzt zum unteren, setzen das hier ab und sagen hier Equal, jetzt haben wir festgelegt, dass die immer in der Mitte zwischen dieser und der oberen, äh, eben sein muss, ja, nicht vergessen, ja, nicht verwechseln Sie bitte nicht hier die Ebenen mit den Referenzebenen, ja, weil das sind quasi Geschossebenen, ja, die sind immer, wenn Sie so wollen, das sind immer XY-Ebenen, äh, ja, doch, XY-Ebenen sind das, ja, oder die ja, wo halt Geschosse dann draufgelegt werden, ja, die das Gebäude, wenn man so will, immer so Horizont, oder das Bauwerk horizontal unterteilen, die Referenzebenen, die können auch parallel zu diesen Ebenen liegen, die können aber auch, ich zeige das hier mal kurz, ganz beliebig im Raum liegen, ja, ich könnte jetzt hier eine Referenzebene zeichnen, so zum Beispiel, ja, das geht mit so einer Ebene nicht, ja, die sind einfach beliebig im Raum, das ist quasi eine zusätzliche Möglichkeit zu denen, die, da werden jetzt auch keine, äh, zu diesen Ebenen werden natürlich auch dann draufsichten erstellt, ja, und dann Grundrisse oder Deckenpläne, ja, zu diesen Ebenen, zu diesen nicht, ja, zu diesen Referenzebenen, und so eine Referenzebene, hier nochmal, hier in der 3D-Ansicht, kann, wie gesagt, mittig im Raum sein, hier nochmal fest, ja, Quatsch, erstellen, ah, das geht hier, aha, okay, also jetzt in der Familie geht es nicht unbedingt, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, das geht nicht so leicht, jetzt in der Familie beliebig im Raum zu legen, aber, jetzt zumindest in der 3D-Ansicht geht es nicht, ähm, aber kann ich es kurz simulieren? Ne, kann ich das auch nicht, ja, ist ja auch egal, ja, Fakt ist, diese Referenzebenen, äh, sind quasi beliebig positionierbar, die sind mit keiner Ansicht verknüpft, wie die, die, sagen wir mal, die Geschossebenen, und, äh, das bitte nicht verwechseln, jetzt gehe ich auf Ansicht von vorne, habe das jetzt hier noch zusätzlich zu diesen beiden Geschossebenen, das jetzt hier noch Referenzebenen erzeugt, man sieht zum Beispiel, hier unten hat man sowohl eine Referenzebene, als auch eine Geschossebene eingebaut, hier, wenn ich hier draufklicke, auf Eigenschaften gehe, das ist von der Vorlage, habe ich hier Referenzebene 1, ja, wozu die hier gut ist, weiß ich auch nicht so genau, ich lasse mal drin, äh, wie gesagt, war in der Vorlage schon so drin, könnte ein Fehler sein, könnte aber auch sein, dass es irgendeine Funktion hat, ja, das weiß ich jetzt nicht, und hier wäre jetzt die, die Ebene, ja, so, man sieht auch hier, wenn es ganz kurz noch, dann bin ich damit ein Thema durch, wenn Sie hier draufklicken, haben Sie bei der Referenzebene, ein paar andere auch Einstellungsmöglichkeiten, ja, als jetzt bei einer Ebene, man sieht, hier hat die Ebene geklickt, halt hier die Ebene, so, das sind die Einstellungsmöglichkeiten, wieder andere, ne, also, auch daran erkennt man, dass es sich hier um verschiedene, äh, ja, Hilfsmittel handelt, das mal so zu bezeichnen, gut, das waren also die Referenzebenen, und, hier hängt jetzt unsere Geometrie dran, an dieser, und jetzt tun wir noch den Abstand hier, definieren, den diese Referenzebene von dieser, äh, Geschossebene hat, und dazu, gehe ich, ja, äh, sehe ich gerade, das haben Sie auch mit, als Referenzebene bezeichnet, ja, aber hier steht Referenz eigentlich dafür, dass diese Ebene dann exemplarisch dann später im Projekt die Geschossebene repräsentiert, ja, deswegen haben die Referenzebene zugeschrieben, ähm, das ist ein bisschen irreführend, weil die Dinger auch Referenzebenen heißen hier, diese, ja, und die heißen, die können Sie, die, ich sehe gerade, die können Sie normalerweise gar nicht erzeugen hier, zumindest sehe ich es jetzt nicht, oder ich könnte es, nö, kann, ich kann diese hier, kann ich hier sagen, ähnliches platzieren, na, sie sind, da sind diese beiden Ebenen sind drin, und mehr können Sie gar nicht erzeugen, ja, wie Sie sehen, ja, das ist über die Vorlage immer gesteuert, je nachdem, welche Vorlage Sie, äh, verwenden, dann sind ja die Befehle dann hier ausgegraut oder verfügbar, so, aber genug geplaudert, machen wir jetzt hier weiter, jetzt brauchen wir noch den Abstand, gehen also hier auf, äh, äh, ausgerichtliche Bemaßung, und bemaßen jetzt hier ausgehend von hier oben, jetzt hier die, diese Referenzebene, setzen wir mal schon ab, und ordnen jetzt hier den Parameter zu, und das war der Parameter, jetzt muss ich kurz mal nachgucken, habe ich die schon gesetzt, ne, habe ich nie, sollte man noch machen, sonst wäre das Ganze jetzt ja nach oben gerutscht, wenn es ja Null wäre, also, der Rollendurchmesser, den wollen wir verwenden von 200, den wollen wir mal eingeben, und der Rollendurchmesser errechnet sich einfach aus dem Rollendurchmesser durch 2. So, anwenden, okay, und jetzt können wir das hier zuordnen, und sagen, du bist der Rollendurchmesser, jetzt passt er das hier an, ja, sehen wir hier, 200, und jetzt können wir im nächsten Zug hier, äh, diesen Zylinder modellieren. Jetzt muss man auch links ein bisschen aufpassen, ne, weil der Zylinder, äh, ist jetzt ausgerichtet, kann ich das hier zeigen, in 3D, naja, hm, schauen wir mal, der liegt, achso, ich kann es ja beim Fertigen zeigen, ich habe es ja hier irgendwo fertig, das war hier, ja, und der liegt quasi jetzt hier so im Raum drin, ja, das heißt, äh, der steht jetzt nicht einfach oben drauf, weil dann könnte man, wenn der jetzt oben drauf stehen würde, und nicht drauf liegen würde, dann wäre das relativ einfach, dann könnten wir hier einfach wieder hier drauf gehen, ich zeige es noch ganz kurz, und würde dann einfach so wieder erstellen, Extrusionen würden jetzt hier, äh, einen Kreis zeichnen, hier den Mittelpunkt legen, und dann auf OK gehen, und hätten jetzt hier, äh, wenn Sie auf Ansicht von vorn gehen, hier unten unseren Zylinder, der ist jetzt natürlich ungünstig positioniert, ja, das können Sie theoretisch, eventuell könnten Sie sogar sagen, wenn Sie jetzt anklicken, und die Arbeitsebene, äh, ist jetzt die Unreferenzebene, und die könnte man eventuell neu wählen, ja, neue Arbeitsebene wählen, und, na, da waren wir jetzt im falschen, das gilt für die, Arbeitsebene bearbeiten, wie ist das Ding, unverkannte, Referenzebene, unter, Körper, ja, genau, und dann ist er quasi, dann sitzt er quasi oben drauf, ja, das hätte ich auch vorher machen können, wir vorher schon gezeigt, aber er ist falsch ausgerichtet, ja, wenn wir auf 3D-Ansicht gehen, das haut so nicht ganz hin, ja, wie machen wir das besser, und da zeige ich uns mal folgendes, jetzt ist auch der Grund, warum ich die Referenzebene immer so, immer empfehle, die zu benennen, weil, Sie können sagen, ich werde einfach hier, eine Arbeitsebene festlegen, um zum Beispiel jetzt diese Korrektur, jetzt nicht hätte durchführen zu müssen, hätte ich jetzt hier einfach sagen können, wenn ich hier auf die Unterreferenzebene gehe, dann könnte ich ja sagen, Arbeitsebene, also hier auf Erstellen gehen, dann Arbeitsebene festlegen, und dann könnten Sie jetzt hier eine andere Arbeitsebene wählen, zum Beispiel könnten Sie jetzt hier die Oberkante Unterkörper, also hier ist ein Schreibfehler drin, wählen, ja, und wenn Sie jetzt hier eine Extrusion erstellen, ich mache jetzt mal ganz schnell eine Rechtecke hier daneben, da sieht man das ein bisschen besser, dann liegt die gleich automatisch hier auf dieser Arbeitsebene drauf, hier sieht man es auch nochmal, wenn Sie an sich von vorn gehen, warum, weil ich jetzt hier vorher war, das hier meine untere, meine Arbeitsebene, ja, in dieser Ansicht, und jetzt ist diese Ebene meine Arbeitsebene, in dieser Ansicht, und deswegen sind die Körper gleich automatisch hier drauf, ja, diese Sache können wir uns zunutze machen, und einfach sagen, ja, wenn ich jetzt auf die Ansicht von vorn gehe, dann könnte ich ja, hier diese Arbeitsebene als Referenzebene verwenden, ich könnte auch diese nehmen, oder diese, ja, und dann quasi hier meinen Zylinder modellieren, was nehmen wir, ja, nehmen wir vielleicht die mittlere, ja, guck mal, wie heißt die mittlere, die heißt Mitte, vorne, hinten, und wenn Sie, wenn Sie richtig benannt sind, dann gehen Sie einfach hier rein, gehen jetzt hier auf Erstellen, dann auf Arbeitsebene festlegen, und sagen, ich möchte jetzt hier die Arbeitsebene Mitte, vorne, hinten verwenden, gehen auf OK, jetzt könnte man sich das noch anzeigen lassen, die Arbeitsebene, dann sehen Sie das besser, ja, das wäre es jetzt, ich mache es mal wieder aus, das ist ein bisschen irritierend, und schmeiße das mal wieder raus hier, und zeichne jetzt hier meinen Zylinder ein, gehe dann auf Erstellen, wieder auf Extrusion, gehe dann jetzt hier auf Kreis, und zeichne jetzt hier, schaut, dass der wirklich hier einrastet, hier mit dem Objektfang, hier in der Mitte, und zeichne jetzt hier den Grundriss, für meinen Zylinder, und werde jetzt hier den Parameter, den Radius hier parametrisieren, ja, der wird hier angezeigt, einfach hier auf dieses Symbol klicken, hier, dann wird daraus eine Bemaßung, und die kann ich jetzt anklicken, und daraus einen Parameter definieren, oder wenn er schon vorhanden ist, einfach hier zuordnen, das wäre der Rollenradius, und das passt soweit, wenn es passt, gehen wir wieder auf Ändern, Extrusion, und schließen das Ganze ab, so, jetzt haben wir quasi hier das definiert, ich werde mir hier noch schnell die Ebene umbenennen, das ist hier unter Körper, da ist ein L zu viel, so, und jetzt können wir schnell die Parametrik mal überprüfen, ob das auch wirklich funktioniert hat, bevor wir jetzt hier weitermachen, gehe jetzt hier meine Familientypen, und gehe mal hier in einen anderen Rollendurchmesser ein, zum Beispiel, was passiert, 500, nein, 5000 ist zu viel, 500, gehen auf Anwenden, und Sie sehen, das geht dann nach hier unten, ja, und die Rolle füllt dann genau den Zwischenraum aus, das hat funktioniert, gehe wieder auf Zurück, Anwenden, fertig, ja, und Sie sehen, deswegen hatte ich vorhin gesagt, ja, legen Sie sich ein paar Typen an, wenn ich sowas relativ häufig brauche, solche Tests, dann mache ich mir so ein paar Testtypen, damit ich einfach nur zwischen Typen hin und her schalten muss, das Ding ist allerdings so trivial, das braucht man, da muss man nicht allzu viel testen, ich teste jetzt auch mehr so zu Vorführzwecken, deswegen habe ich hier auf die Typenanlegung auch verzichtet, so, gehe jetzt auf OK, und, wieder auf OK, Skizze ist ungültig, oh, jetzt habe ich wahrscheinlich hier, äh, ein Fehler gemacht, Skizze, gehen wir auf Fortfahren, und checken das nochmal, frage ich euch, geht es ja weiter jetzt, war wahrscheinlich jetzt hier beim Reden etwas, irgendwas übersehen, ja, ich habe glaube ich doppelt geklickt, oder hier den Befehl Extrusion aktiviert, gehabt irgendwie, und der Wort ist ja noch aktuell, jetzt habe ich einfach das abgebrochen, und hier ist die Extrusion, die hat auch funktioniert, ja, sieh nochmal kurz die Parameter rein, äh, das war schon OK, bin nur irgendwie, das in Befehl Extrusion gekommen, passt, machen wir hier, die 200 wieder, so, jetzt haben wir das, jetzt mal allerdings das Ganze nochmal checken, in der Breite, wenn wir auf 3D gehen, da sehen wir, das Ding haut noch nicht ganz hin, ja, das müssen wir noch korrigieren, und welche Ansicht nehmen wir da, na, da können wir jetzt hier die Ansicht von, äh, von rechts oder links nehmen, um das zu korrigieren, gehen wir hier also hier wieder auf, na, das war schon OK, äh, Ansicht rechts, und hier sehen wir jetzt, das Ganze von rechts, jetzt können wir hier die, anklicken, das hier nochmal, verheiraten, hier miteinander, hier, dieses, und hier am Griff anfassen, bis hier herziehen, zur Referenz-Ebene, und ja auch hier wieder, das mit der Referenz-Ebene verheiraten, damit im Prinzip dann die Rolle immer genauso groß ist, wie der Unterkörper, wenn wir das so wollen, ja, Sie können es auch schon anders modellieren, jetzt wechsle ich, äh, ja, wieder zurück in die Ansicht von vorn, und möchte jetzt noch eine Symbol-Darstellung einbauen, ja, was meine ich damit, ich möchte mir halt die Möglichkeit, äh, hier noch mit implementieren, ich zeige es mal hier am Gesamt-Modell, ich zeige es mal hier am Gesamt-Modell, das ist das Gesamt-Modell, und jetzt gehe ich mal auf eine spezielle Ansicht, Elevations-South, ja, so sieht das Ganze in der Seitenansicht aus, dann später, ähm, und jetzt schalte ich mal hier mein analytisches Modell aus, und gehe mal hier auf, von, auf einen Detaillierungsgrad, und sage mal hier ganz grob, ja, und ich möchte halt diese Darstellung haben, dass wenn ich auf ganz grob gehe, dass er mir dann den Träger nur als so eine Linie darstellt, und hier, dass die, die Auflage hier mit diesen Dreiecksymbolen, ja, und das möchte ich hier noch mit einbauen, das geht übrigens auch in 3D, haben wir noch eine 3D-Darstellung dazu, na, das sind wir hier drin, hier ist er, wenn ich jetzt hier auf grob gehe, ja, da habe ich ja quasi nur die Auflage, und das Ganze hier als Linie, und das finde ich ganz praktisch, und möchte das einfach nur mit implementieren, das geht auch relativ einfach, dazu wechsle ich jetzt wieder in mein anderes Revit, bin jetzt noch hier drin, ich bin in der Ansicht von vorn, wir erinnern uns, hier war die Arbeitsebene eingestellt auf mittig, also Mitte von hinten, ja, wenn Sie jetzt hier auf festlegen gehen, sehen Sie dann mal, Mitte vorne hinten, das ist genau, das ist quasi jetzt hier, genau in der Mitte unseres Systems, und hier zeichne ich jetzt meine Modelllinie rein, ja, die dann einfach die symbolische Darstellung, nehmen soll, und dazu gehe ich jetzt wieder auf erstellen, dann auf Modelllinie, ja, als Modelllinie, die kann man sich ungefähr übersetzen, mit AutoCAD sprachweise, als 3D-Polylinien, also das sind Linien, die auch in 3D funktionieren, es gibt dann auch im Revit, die 2D-Linie, oder wie die heißt, die geht ja aber sowieso nicht, ja, oder, jetzt symbolische Linie geht eventuell, aber die geht glaube ich nur in einer, ähm, okay, probieren wir es mal aus, ja, geht die auch in 3D, ähm, ich glaube eher nicht, aber probieren wir es einfach mal aus, symbolische Linie, und zeichnen jetzt hier einfach ein Rechteck ein, so, und schauen wir uns das hier, und schauen wir uns das mal in 3D an, da sehen wir jetzt nichts, wenn wir hier mal auf Drahtmodell gehen, ja, da sehen wir auch nicht, das habe ich mir schon fast gedacht, ja, also die symbolische Linie ist ein guter Vorführer-Effekt, die ist wie eine 2D-Linie, das heißt, die funktioniert nur in dieser Ansichtsebene, ja, äh, die können Sie da vergessen, ja, also wenn Sie das, wenn Sie jetzt diese Darstellung nur in dieser speziellen Ansichtsebene haben wollen, dann ist die Symbollinie okay, ja, wenn Sie das allerdings, äh, in, äh, in allen Ansichten haben wollen, dann müssen Sie die Modelllinie nehmen, also die 3D-Linie, ich schaue das mal wieder raus, ich markiere einfach jetzt hier alles, gehe jetzt hier auf den Filter, und sage nur die Linien, okay, und lösche die, jetzt werden wir hier, ähm, das mit der Modelllinie machen, bevor wir das allerdings machen, werde ich nochmal die Sichtbarkeiten einstellen, weil da tun wir uns etwas leichter, dazu gehe ich hier auf Erstellen, und finde hier, die, ne, das war unter Ändern, hier das Ding einfach anklicken, hier, Sichtbarkeitseinstellung, einfach den Körper anklicken, dann finde ich die Sichtbarkeitseinstellung, und sagen, den möchte ich nur sehen, bei Mittel und Fein, bei Grob soll er ausgeblendet sein, und dasselbe gilt hier oben für den Zylinder, also bei Grob ausblenden, Sie können übrigens auch noch hier einstellen, ob Sie den im Grundrissendeckenplan sehen wollen, vorne und hinten, also Sie können das theoretisch auch noch steuern, wenn Sie das müssten, oder wählten, gehen wir auf OK, jetzt können wir das hier ausblenden, indem wir hier einfach hier unten auf Sichtbarkeit, Vorschau, ein, ausgehen, und die einfach einschalten, so, das ist zum Ignorieren, jetzt hat uns das ausgeblendet, weil wir jetzt hier auf Grob sind, wenn wir auf Fein, Mittel gehen würden, dann wäre es sichtbar, gehen wir jetzt hier auf Grob, das Foto ist, warum ich das gemacht habe, jetzt sehe ich nur meine Referenzebenen, dann gehe ich wieder auf Erstellen, dann auf Modelllinie, und jetzt zeige ich mir mit der Modelllinie hier, mein Dreieck ein, und wenn ich fertig bin, einfach Escape, teste jetzt nochmal die Parametrik, zunächst, gebe hier mal eine Radius von 500 wieder ein, sehen, das kommt mit, ja, ich gebe jetzt mal eine andere Breite oder Tiefe, ich weiß gar nicht genau, was das jetzt hier ist, dadurch, dass es gleich ist, dann probieren wir es aus, was haben wir hier, Tiefe, ich würde sagen, das ist die Breite, gehen wir hier auf 600, genau, geht auch mit, also das hat gut funktioniert, tun wir es wieder ändern, ja, es wäre doch vielleicht praktisch gewesen, hier ein paar Typen anzulegen, und gehen auf OK, also jetzt hier in der Ansicht hat es funktioniert, checken wir das Ganze nochmal in 3D, ja, jetzt sehen wir hier unser Dreieck, diesmal ist es sichtbar, ja, und auch hier, wenn Sie jetzt hier auf, ein, also hier auf Vorschau, ein, ausgehen, machen wir die Vorschau mal ein, und schalten jetzt hier um auf grob, dann sehen wir nur das Dreieck, und wenn wir auf Mittel gehen, sehen wir beides, ich möchte natürlich das Dreieck, jetzt nicht sehen, bei den anderen Ansichten, ja, das soll quasi nicht, nicht gleichzeitig eingeblendet werden, deswegen korrigiere ich das noch, gehe auf Ansicht von Form, markiere das, gehe nochmal auf den Filter, damit ja nur das Dreieck ausgewählt wird, ist inner ausgewählt, OK, passt, und dann gehe ich hier auf Sichtbarkeit, und sage, OK, bei grob ist es zu sehen, aber bei mittel und fein soll es aus sein, so, ich hoffe, ich habe jetzt den, das schalten wir wieder aus, Vorschau aus, und wenn es fertig ist, einfach das Ganze mal speichern, und dann können wir das in unser Projekt laden, ja, man sollte vielleicht zum Schluss noch das Ganze testen, dazu habe ich hier schon mal ein Projekt vorbereitet, ja, so ähnlich wie das unsere, und hier werden wir jetzt unsere Stützen oder Auflager platzieren, dazu, ja, zurück, sie in unserer Familie, dann gibt es hier die Möglichkeit, in das Projekt zu laden, ja, dann wird das quasi in das Projekt hineingeladen, bei größeren Familien, und auch vor allem auch größeren Projekten, empfehle ich immer, den Test zunächst in einem Testprojekt zu machen, was danach auch wegschmeißen können, ja, weil es sonst kann sein, dass sie dann ihr, ihr, ich muss mal sagen, ihr richtiges Projekt, ja, und das eigentlich geht, dass sie das dann zumüllen, mit irgendwelchen Testfamilien, das ist ein Nachteil, oder schlimmer noch, dass sie vielleicht irgendwie, dann an ihrem Projekt irgendwas verändern, durch die ganze Testgeschichte, was sie nicht wollen, ja, deswegen empfehle ich immer, den Test von irgendwelchen Bauteilen, zunächst in irgendwelchen Lernprojekten zu machen, wo es nicht darauf ankommt, die dann danach auch entsorgt werden können, ja, das machen wir jetzt hier, also, ich gehe jetzt hier in Projektladen, er, ich habe es eh nur ein Projekt offen, deswegen zeigt mir das jetzt so an, jetzt können wir hier wählen, wir wollen die platzieren, das ist eine vertikale Stütze, passt, ja, Sie sehen auch, jetzt ist das Futter, warum wir hier Stützen gewählt haben, ne, weil es verhält sich jetzt hier, auch wieder die Platzierung, ja, da tun wir uns dann auch leichter, also hier vertikale Stütze, dann sagen wir, wir gehen jetzt hier die Ebene, können wir hier einstellen, genau auf Höhe, und die Höhe, das passt auch, gehen wir mal an die Eigenschaften und checken das hier, das ist auch okay, und jetzt können wir hier das entsprechend absetzen, einmal hier, und einmal hier, ja, finden normalerweise immer dann die, die Schnittpunkte, und hier sehen wir jetzt unsere, unsere Stütze, oder unser Auflager, und jetzt nochmal eine Ansicht von Süden, reingeschaut, wie das da aussieht, Ansicht Süd, ja, und jetzt sehen wir hier unsere, speziellen Auflager, den Rest, das Ganze dann justieren, das machen wir dann, wenn der Träger da ist, vielleicht hier noch ein paar Hinweise, wenn zum Beispiel die, die Stütze jetzt hier außer mittig ist, zum Beispiel so, ja, dann können Sie hier auf Ausrichten gehen, hier zunächst die Referenzebene, eine Anwählen, oder die Achse, anhand derer das ausgerichtet werden soll, also diese, und jetzt sehen Sie hier, er fängt uns hier in der Mitte dieser Achse ein, ja, was ist das, und da schauen wir nochmal rein, halt, an sich von oben sieht man es am besten, das ist hier diese Referenzebene, wenn man die mal anklicken, und hier auf Eigenschaften gehen, dann sehen wir hier Mitte von vorn, und das sind halt die Referenzebenen, die Sie dann auch zum Ausrichten verwenden können, ja, sofern Sie, ähm, das entsprechend aktiviert haben, ja, wenn Sie sagen, Mitte von hinten passt eh, äh, schwieriger wird es, wenn Sie hier sagen, das wäre eine schwache Referenz oder so, ja, oder gar keine, es gibt es auch irgendwo hier, keine Referenz, dann können Sie die gar nicht auswählen, ja, eine schwache Referenz, da müssen Sie sich eventuell mit der Tabulator-Taste dazu tappen, ja, eine starke Referenz, die werden normalerweise immer angeboten zum Ausrichten, äh, und die schwachen, da müssen Sie dann meistens hinzutappen, ja, Sie müssen aber aufpassen, wenn die Elemente oder die Referenzen zu dicht beieinander liegen, ist es unklug, die alle als stark zu referenzieren, deswegen empfehle ich immer, die wichtigsten als stark, und die weniger wichtigen als schwache, und falls Sie jetzt irgendwelche Referenzen haben, wo Sie sagen, okay, das soll auch gar nicht ausgerichtet werden, das macht keinen Sinn, dann können Sie auch sagen, keine Referenz, ja, ähm, diese Referenzen, die eh die Richtung vorweisen, wie rechte, linke Begrenzung vorne, hinten sind, meines Wissens sowieso, immer starke Referenzen, ja, äh, jetzt nochmal hier zurück, Ansicht Süd, ja, jetzt kann ich das hier an der Mittelachse ausrichten, also auswählen, hier diese, das ist das war eine starke Referenz, das ist eine starke Referenz, ich habe es blöderweise, hier, keine, und hier unten, gut, die zeigt, also die geht jetzt nicht, weil die parallel ist, ja, äh, und dann ist, und dann können wir das hier noch verheiraten miteinander, und dann läuft das mit, genauso können Sie das in der Draufsicht machen, ich zeige es hier auch nochmal, wenn ich jetzt hier rausgehe, gehe auf Ausrichten, wähle hier das, dann habe ich hier wieder meine Mittel, und kann das wieder entsprechend miteinander verheiraten, die Stützen würden dann auch mitgehen, probieren wir das mal aus, wenn ich jetzt hier diese, ach gut, die ist fixiert, nehmen wir mal diese, die ist nicht fixiert, oder, ne, das ist das hier, so, und dann sehen Sie, die Stütze geht entsprechend mit, jetzt meckert er rum, wegen der Abhängigkeit meiner Parametrik, okay, aber Sie sehen, das wandert dann auch entsprechend mit die Stütze, Letzter Punkt noch, ähm, was haben wir hier, Bild, Kommentar, Kennzeichen, ja, hier können wir dann reinschreiben, Auflage A oder so, das passt dann, wenn das soweit passt, dann können wir hier die Stütze, ähm, dann entsprechend, äh, ja, schließen, vielleicht noch einen Punkt fällt mir gerade ein, das könnte man noch machen, man könnte noch Materialien zuordnen, ich schalte mal jetzt wieder auf Aus, die Sichtbarkeiten, und dann gehe ich hier mal auf Mittel, und, nee, und dann hier auf Realistisch, und dann sehen wir, momentan ist ja nichts zugeordnet, und wenn Sie wollen, wenn das eh immer fix ist, dann könnten Sie das hier machen, den Sie hier den Volumenkörper anklicken, und dann hier einfach Material wählen, äh, Quatsch, das war der Parameter dazu, hier reinklicken, hier, hier auf dieses graue Feld, und dann können Sie hier, kommen Sie in die Materialbibliothek, und dann können Sie jetzt hier irgendein, in Metall auswählen, jetzt haben wir hier, ist irgendwas geladen, naja, ist nichts geladen, diesbezüglich, nix, okay, dann gehen wir hier mal Metall, und tun wir es reinladen, ich nehme jetzt irgendwas, um das hier zu demonstrieren, um nicht so viel Zeit zu verlieren, hier zum Beispiel, Bronze oder so, ist ja wurscht, Doppelklick hier drauf, jetzt haben wir es reingeladen, in die, ins Projekt, nochmal Doppelklick hier drauf, und jetzt hat das hier entsprechend zugeordnet, jetzt sehen wir, es hat was anderes dargestellt, jetzt als vorher, auf eine dünne Linie, jetzt können wir das hier unten, aus Beton machen, zum Beispiel, gehen wir hier rein, und geben wir mal ein Beton, wird wahrscheinlich auch nichts geladen sein, auch nichts, dann müssen wir hier unten auf, Beton gehen, nehmen wir hier irgendein, Doppelklick, nochmal Doppelklick, und, na gut, ist das jetzt hier Beton, sieht so gleich aus, ne, hab ich irgendwie Bronze aufwischt, nochmal hier drauf, jetzt sieht das auch aus wie Beton, jetzt sieht das auch aus wie Beton, so, und das können Sie dann ins Projekt laden, und, und dann haben Sie hier, auch die Darstellung in 3D, können wir das auch einschalten, hier, wenn wir jetzt hier auf realistisch gehen, oder schattiert, dann sehen wir auch hier die Materialien, schattiert, das sieht man auch nochmal einen Unterschied, ah, das muss jetzt momentan nichts sein, das können wir hier nochmal einstellen können, letzter Hinweis, wenn Sie das nicht wollen, dass das schon voreingestellt ist, ja, dann können Sie das auch als Parameter zuordnen, ja, momentan ist jetzt hier kein Material zugeordnet, nur tragendes Material, das ist dann eher nur für die Bemessung, und hier dürfte auch nichts zugeordnet sein, weil ich das ja schon überschrieben, ja, Sie können natürlich auch sagen, wenn Sie jetzt hier in die Familie reingehen, ich werde hier kein Material zuordnen, sondern ich mache daraus hier ein Parameter, ja, dann könnten Sie jetzt hier, äh, das, dem Tragen Material zuordnen, dem Parameter, und, dann wäre das, könnte man es dann vom Projekt aus, das Material zuordnen, je nachdem, was Ihnen lieber ist, entweder voreinstellen, oder, dem Projekt zuordnen, jetzt überlege ich kurz, habe ich jetzt alles gesagt, was hier zu sagen ist, ich denke mal, ach so, letzter Punkt noch, ähm, hier diese Sichtbarkeit, nochmal kontrollieren, äh, wo haben wir die 3D, hier haben wir 3D, schalten wir mal um auf, grob, ja, dann sehen wir hier das Dreieck, und wenn wir auf Mittel gehen, dann sehen wir halt, das in dieser Form, ja, das passt, ja, soviel zu dieser, zum Erstellen eines Auflagers in dieser Form, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020